Früher mal war ich ein angesehener Professor und Erfinder, ich habe sogar einen Nobelpreis bekommen. Heute kann ich mir nicht mal mehr eine Tütensuppe leisten, die Leute haben mich vergessen. Ich habe nur noch diese gammeligen Bananen, immer nur Bananen, ich habe keine Lust mehr auf Bananen. Da kommt mir doch glatt eine brillante Idee. Mal sehen, das hier und das dort und Tada. Fertig ist mein Wunderwerk der Technik. Ich bin heute hier um Ihnen meine neueste Erfindung zu präsentieren. Das ist sie, die Technologie, die uns die Zukunft weisen wird. Eine Bananen-Shell-Maschine. Sehen Sie und bestaunen Sie diese Innovation. Ich bin beeindruckt, aber kann die Maschine auch Orangen schälen? Das ist leider unmöglich. Hahaha. Mein Plan ist voll aufgegangen, jetzt habe ich endlich wieder genug zu essen und muss nicht für teuer Geld einkaufen gehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.